Willkommen hier zu meinem Nummer 2. Wir sind wieder hier in einem Nationalpark und der nennt sich Boris Canyon. Ihr seht da Bilder und Videos von dem Nationalpark. Viel Spaß! Ja Leute, wir sind jetzt in Las Vegas angekommen. Videos kommen nachher von der geilen, geilen Stadt. So Leute, wir sind vier Stunden zu einem neuen Hotel und zwar zu diesem hier gefahren. Und ja, wie sieht der Ort aus? Zeige ich euch jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, wir waren beim größten Raum der Welt. Keine Ahnung. Sag mal der Welt. Und ja, ihr seht jetzt den größten Raum der Welt. Gitarbecue-Kle-Kle-Kle-Kle-Kle-Kle When the mama sent us to Superman